Mein Name ist Thomas Pirka, ich arbeite für Poliztürbel Fischer in Karlsfeld. Das Besondere am 100 PC ist, dass man erstens aus seiner Komfortzone kommt, auch wenn man der Meinung ist, man kann schon vieles oder weiß vieles, aber man eigentlich erkennt, dass doch noch viel Luft nach oben ist und sich nicht nur verkäuferisch verbessert, sondern auch persönlich. Und wirklich zu schauen, Komfortzone, ja, und sich dort so ein Stückchen hinaustraut, auch wenn es immer nur kleine Veränderungen sind, habe ich mich menschlich auf jeden Fall positiv gesteigert und natürlich auch verkäuferisch und umsatzmäßig. Also ich arbeite bei Poliztürbel Fischer, seit ca. dreieinhalb Jahren bin ich einer der erfolgreichsten Verkäufer und konnte trotzdem nochmal meine Umsätze steigern, und zwar um 25,3 Prozent. Und macht erstens Spaß und was noch sehr wichtig war, ich habe mich auch menschlich weiterentwickelt und ich kann es jedem nur empfehlen.